Hallo und herzlich willkommen zum 30. Türchen des Starstable Adventskalenders. Heute hinter dem Türchen ist der Code für diese Satteltasche. Um die Satteltasche zu bekommen, müsst ihr nur den Code kopieren, euch auf eurem Account einloggen, den Code im Gutscheinfeld einfügen, und auf Einlösen klicken. So sieht die Satteltasche aus. Das Set ist jetzt komplett und sieht so aus. Ich bin gespannt, was morgen am letzten Tag des Starstable Adventskalenders drin sein wird. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und sage dann bis zum morgigen Türchen. Tschüss!